dieser mercedes benz c180 ist hier zum verkauf angeboten die silberne limousine hat fünf türen und bietet fünf sitzplätze der kilometerstand des wagens liegt bei weniger als 35.000 kilometern die erstanmeldung bei ende 2011 die limousine bietet zahlreiche ausstattungsdetails wie esp navigationssystem einparkhilfe tempomat startstopp automatik und vieles mehr unter der haube gibt der benziner eine leistung von 156 ps an das automatikgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei 6,7 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne näher bis zum nächsten Mal